Aber zwei kaputte Robben, muss ich mich konzentrieren. Raus. Aber der Terry hat den Gigafall nicht mehr gefunden, gell? Der Gigafall, die wissen jetzt, wo der Gigafall ist. Also der Terry ist irgendwo im Schneegebiet rumgelaufen, also Absprache ist bei denen, nicht da. Weil ich war ja schon halb im Schneegebiet. Ja, vielleicht hat der aber eine andere Aufgabe gehabt, als den Gigafall zu suchen. Vielleicht euch und Cyan. Ich bin sehr freundet. Musik 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 Wo bist du? Oh, dass ich denn hier ist und die ganzen Thylas haulig shit Ah, warte, da ist deren Recht Oh, dass der Kieger, dass der Kieger, dass der Kieger Raketen? Die Thylas hauen ab Wer ist das überhaupt? Oh, geil Wer ist denn die Thylas? Weiß ich nicht Hate my mates Ja, war klar Lass sie sich da jetzt einlöschen Hate my mates ist Leon, ne? Mhm Ja, die Thylas ist Hate my mates Und die sind ja auch noch mit dem Save Ja, den Wolf hab ich grad vier, fünfmal Ach komm Ey, den können wir tamen Ja, ich bin grad weggerannt Weil ich hab schon Rocky Schuss Ilka Sack Ilka Sucuk Hä, Ilka Sack Der hat Der hat das auch irgendwie, aber Horror Crew Der hat das auch Der hat das auch Ich glaub Das ist Wenn ihr den jetzt nicht kriegt, haut doch einfach die Chords raus. Jeder andere soll den kriegen außer Horror Crew, die sind soweit schon, weil die... Hate My Mates wird den kriegen. Fetzig. Wenn die nicht zusammenarbeiten. Werden die nicht einfach umbringen. Eben, du sagst es, wenn sie nicht zusammenarbeiten. Hau einfach die Chords raus, fertig. Wenn du schreibst 150er Giga, Horror Crew tämt gerade und versucht gerade 150er Giga zu legen, bei bla bla bla. Und jetzt habe ich den mit... Ey, jetzt gibt es erstmal eine fette PvP-Flacht, währenddessen wir farmen können. Eben, währenddessen können wir in Ruhe auf die Pinguin-Insel, in die Wüste wahrscheinlich. Ich glaube mir, die sind dann alle dort. Boah, ich habe in der Torhöhle ein Super-Wolf-Versteck gefunden, da sterbt man nicht mehr. Eben, wie farmen Perlen. Ja, man kann an den Seiten, an den Wänden kommen. Richtig. Ich habe Eck gefunden, wo man nicht sieht. Zehn Meter neben mir ist PvP-Action, du formst Perlen. Ja Junge, wir verlieren das mehr, wie man gewinne. Ja. Ja. Ja, darf ich die Stats rausha... Äh, die Stats... Ja. 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 Ja, ich kriege immer mehr Tiere hier, wo sterben. Höre jetzt auf. Dürfen wir jetzt die Stats raushauen irgendwie? Dort und dort... Äh, Horror Crew... Ich finde es halt nicht in Ordnung. Was? Ich finde sowas scheiße, aber andere würden es bei uns auch machen. Auch die eine halt eben, würden bei uns alle machen. Na mach doch, 150 Giga dort und dort. Chip-Roller, genaue Quartz. Du bist noch dort. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingezogen haben, ne? Ich so hinmalen, die müssen ihn ja dort irgendwo haben. Wahrscheinlich, ich glaube das war Hate My Maids, die ihn durch Stargate haben. Ist er durch Stargate gezogen worden? Weiß es nicht. Der Crew hat halt schon Rock Golems, Alter, ist klar, Mann. Ich geh jetzt erstmal kurz auf die Wüsteninsel, ne? Äh, ja, davon hab ich das Sketch jetzt zuerst Target. Holy Shit. Ich komm auch mit, ne, Shadow? Jo, hast du... Hast du noch Trank-Sachen? Ja, ich hab doch nicht gestorben, ich hab noch alles. Dann bist du zu Fuß jetzt. Ich komm aber mit den anderen Target. Du musst mir dann nur sagen, welches Target du nimmst, ne? Ähm, irgendwie, was sagst du mit... Warten mal kurz, warten mal kurz. Ihr seid eine Rocket Launcher mitnehmen. Was? Auf die Wüsteninseln. Ja, Moment, Moment, Moment. Ich sah da, wie viel Rakete ihr braucht. Verdonnimmst du an meine Augen? Wenn ihr nämlich Rock Elementor jetzt sehen solltet. Tole, wo bist du jetzt? Ich hab grad den ganzen Tribe Hate My Maids gefühlt an mir dran. Ja, Molte, du bist auch dort. Hast du den Giga schon gesehen, wo der jetzt ungefähr ist? Ja, direkt bei dem Thalming Gehege und es laggt. Bei welchem Thalming Gehege? Bei welchem Thalming Gehege? Molte? Molte Thalming Gehege? Bei dem von... Oh cool, ich werd jetzt rippen. Sag mir mal bitte kurz, dann hau ich sie raus, dann ist da jetzt gleich Ruhe. Können wir... Können wir... Ja. Ripp. Alter. 20 Thula Coleus läuft. Von Hate My Mates. Womit... 71, 67 ist unser Stargeld, ne? Besonders Hate My Mates ist auch voll auf mich gegangen. Die haben sich für den Giga kein Stück interessiert. Ja. Ich hab den Giga. Okay. Ich geh jetzt Pulling. Er kommt zu mir. Soll ich den Deodon mitnehmen? Warte im Wald vorm Starbed auf dich. Ketten, darf ich dein Schwein nehmen? Ah ja, nehm. Ja. Wir haben keine anderen Mounds mehr. Kann mal einer herkommen... Ja, es wird halt nix getamed. Kann mal einer herkommen zu mir, weil manchmal werden Giga's bei mir nicht angezeigt. Und dann steht er einfach vor mich und beiße mich rein. Was? Ja, manchmal zeigt sie mir die Tiere nicht an. Warum rennst du dann trotzdem da rum, wenn du nix siehst? Ja doch, der ist nur wieder runter. Aber die Narko-Darts, die ich hergestellt hab, hat's irgendwann mitgenommen. Ich will nur fragen, wo sind denn alle unsere Betäubungspfeile jetzt? Wär halt gut, wenn mir noch jemand helfen könnte. Ich hab die 55 Darts genommen, weil ich hatte vorhin auch nicht. Ich muss halt schauen, dass ich den Giga halte. Pfeile hab ich nur 30. Und dass keiner von hinten kommt. Ehm, Shadow? Hallo Leute. Ich hab ne blaue Arme. Da ist nix mehr da, es wird nix hergestellt, es wird kein Fleisch gesplittet. Da waren vorhin über 200. Ja, dann wird's irgendwer einstecken haben und mal wieder nix sagen. Alter, welcher... Was denn? Was denn? Ich hab nix. Der Trottel hat 200 Betäubungspfeile dabei, Mann. In der Smithy waren über 200 Betäubungspfeile. Ich hab einen. Nee. Was ne? Ich habe Bazooka-Gehirn. Ah, die kämpfen vor der Höhle, irgendwie. Vor der Höhle? Mhm. Ich dachte mal, Wolf wäre gleich hoch. Wenn das jetzt vielleicht passiert, was passiert dann? Der Giga ist jetzt schon fast am Stargate. Oh, fuck, jetzt ist hier wieder ein Wolf. Deswegen hat man einen Fall, Schöne. Ja, aber nicht Stand für mein Tier. Du musst trotzdem wieder auf dein Tier aufsteigen. Ach, stimmt. Der Giga zerfleischt dir gerade alles, Alter. Den Rex und Vati Plus. Direkt bei deren Base, ey, jetzt kommen sie auch wieder mit dem Rex, ey. Das ist halt unser Nachteil. Ist das halt eine Neo? Ja. Und die haben direkt ihren Nachschubpunkt neben sich. Oh, ist da doch? Da ist jemand am Stargate. Ich hab keine Waffen. Aber an den einen Stargate ist Hate My Mane. Bei uns am Lassen. Ich bin grad ge... Ja, wo ist denn da noch ein Stargate in der Nähe, Jungs? Mit was ist er dort? Mit gar nichts. Mit dem... Mensch, als Mensch. Ja. Ja. Ja, dann ran! Wie solltest du da halt gerade angebild? Schnapp dann! Ah, nicht durchrennen, ne? Nein, das ist ja das. Was ist denn Wolf? Du zerfetzt, ey. Ich bin Wolf. Ich bin Wolf. Ey, ich hab mir schon wieder ein bisschen weggezogen. Ich will schnell die Wüste an. Ich bin Wolf. Ich bin Wolf Ec мужчiner. Wievregeln. Ich hab mich erst! Bis zum nächsten Mal. 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 Ähm... Wo bist du gerade? Ich bin jetzt an dieser Blan... Ah, da bist du. Hi. Boah, ach doch, da ist er. Ich bin auch nicht... Weißt du? Ich denke eher... Doch, schon eher, dass oben was ist. Ich will auch ne Katze haben. Ich glaube, es ist genug. Ja, gut. Und wir sind noch Ereignis. Ich kann Säger sein. Nein, es ist nicht ohne. Die Wände aus dem Säger. Die Wände aus dem Säger. Das waren nichts. Die Wände aus dem Säger. Auf der Tade. Die Wände aus dem Säger. Bis zum nächsten Mal.